Moin YouTube, was geht ab? Mein Name ist Jay und ich heiße euch herzlich willkommen bei einer neuen Drug Story auf meinem Kanal, bei meinem Format MyPsychoActiveStory. Wie ihr am Titel und am Fanpage schon sehen konntet, soll es heute um die bekannten Xenex gehen, also Medikamente mit dem Wirkstoff Alprazolam, ein Wirkstoff, der eben auch ein Benzodiazepin ist, warum sage ich auch, weil meine letzte Folge von MyPsychoActiveStory eben auch um ein Benzodiazepin ging und zwar um Lorazepam, um auch meine allererste Benzodiazepinerfahrung und deswegen würde ich euch gerne dieses Video hier nochmal empfehlen. Ich blende es euch im Hintergrund ein und verlinke es euch oben rechts beim i. Da geht es nicht nur um meine erste Story mit Lorazepam, sondern eben auch um Benzodiazepin im Allgemeinen. Also wer gar keinen Plan hat von Benzos, checkt auf jeden Fall das Video ab und dann könnt ihr wieder zurückkommen zu diesem Video. Und an der Stelle würde ich direkt sagen, let's go mit der Story. Ganz kurz nochmal zum Anfang Alprazolam, also dem Wirkstoff, um den es heute geht bei Xenex. Der unterscheidet sich schon etwas von Lorazepam. Er ist nicht so schlaffördernd und nicht so hypnotisch, allerdings bei der muskelentspannenden Komponente ist dafür ein bisschen höher. Generell die ganzen Benzodiazepine, wie gesagt, im letzten Video habe ich das bereits ausführlich erklärt, haben verschiedene Wirkspektren und unterscheiden sich eben von der Intensivität bei dem einen Spektrum. Dafür gehen andere Benzos dann eher auf das andere Spektrum und so weiter und so fort. Je nachdem, mit welcher Krankheit man eben behandelt werden muss und was man in der Situation braucht. Normalerweise wird auch Xenex Alprazolam in Amerika eigentlich nur für psychische Erkrankungen verschrieben. Auch für Schlafprobleme allerdings jetzt nicht so ausgeprägt. Eher für eben Angststörungen, Panikattacken und Depressionen vielleicht sogar auch. Ich hatte damals auch die Lorazepam aus der letzten Folge von einem Kollegen von Dave bekommen. Der hat sie zu dem Zeitpunkt quasi verschrieben bekommen von seinem damaligen Arzt. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, also das müsste so mit 20, vielleicht 21 gewesen sein, keinen richtigen Plug für den ganzen Shit. Also ich hatte keinen Plug für Medikamente. Ich konnte an alle möglichen anderen Substanzen kommen, aber Medikamente waren eher schwierig. Und dann habe ich eben so rumüberlegt, weil durch die Erfahrung mit Lorazepam, muss ich ehrlich gestehen, war ich so ein bisschen angeturnt von Benzos. Ich wollte noch mehr, ich wollte auch noch verschiedenere. Und auch gerade durch die Musik, durch den Hip-Hop, durch den amerikanischen Trap, bin ich halt extrem auf Xenex gestoßen und hängen geblieben. Gerade auch durch Lil Peep damals, kennen wahrscheinlich einige von euch. Und dadurch kam ich auf den Trichter, ich will mal Xenex bestellen oder einfach mal Taken, ausprobieren. Wie gesagt, ich hatte keinen Plug für so einen Shit. Das war immer etwas schwierig. Und dann ist mir eingefallen, hey, pass auf, ich habe ja auch schon mal damals, was ich auch schon in dem Video behandelt hatte, mal Drogen über Starknet bestellt. Und dann dachte ich mir, hey, pass auf, okay, ich könnte das mal wieder abchecken. Einfach nur, ob es da quasi die Original Xenex gibt mit Versand nach Deutschland und ob das überhaupt möglich ist. Und ja, gesagt, getan. Und vorab an der Stelle muss ich natürlich nochmal ausdrücklich vorne im Konsum von der Beschaffung von Benzodiazepinen warnen. Benzos sind kein Kinderspielzeug. Auch in der letzten Folge habe ich schon euch einige Sachen aufgezählt, die bei Benzos passieren können. Sie sind, ja, höchst potent. Man kann, oder man, es steigt sehr, sehr schnell eine Sucht ein. Die Toleranz steigt enorm schnell und man muss enorm schnell nachlegen und mehr konsumieren, wenn man dieselbe Wirkung erreichen will. Und dadurch kann man eben sehr leicht abhängig werden. Auch die Abhängigkeit bzw. der Entzug können tatsächlich auch tödlich enden bei Benzos. Also nimmt es auf jeden Fall ernst. Benzos sind kein Kinderspielzeug. Auch wenn es viele Ärzte leichtgläubig verschreiben und damit die einfachsten Krankheiten, sage ich mal, therapieren. Man kann sehr, sehr schnell abhängig werden und es ist definitiv nicht schön, diese Abhängigkeit und vor allem auch nicht der Entzug. Und generell, sei gesagt, nimmt keine Substanzen. Habt nichts mit Drogen zu tun. Checkt einfach meinen Kanal, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Und schaut die Videos eben so, wie sie gedacht sind. Also zur Aufklärung und zur Unterhaltung, damit ihr eben diese Substanzen auch niemals ausprobieren müsst. Und an der Stelle, wenn ihr mein Video über das Darknet und über das Drogeneinkaufen bzw. mein erstes Mal Drogeneinkauf im Darknet nicht gesehen habt. Ich werde es an der Stelle auch nochmal im Hintergrund einblenden und oben rechts verlinken. Checkt das auf jeden Fall ab, wenn es euch interessiert. Und wie gesagt, die Xenex, die Original Xenex, habe ich sozusagen aus dem Darknet erworben. Auch auf einem relativ bekannten Shop für Drugs und auch bei einem sehr, sehr gut bewerteten Händler. Ich weiß, das hat nichts zu sagen. Und gerade bei Medikamenten, die es eigentlich nur im amerikanischen Bereich gibt und dann im deutschen Markt, die versuchen zu erwerben, ist immer mit einem sehr hohen Risiko verbunden. Weil es können auch einfach nur Fälschungen sein mit gar keinem Wirkstoff oder einem ganz anderen Wirkstoff. Aber ich war mir dann auch wegen der Wirkung relativ sicher, dass es tatsächlich Xenex waren. Ich habe an der Stelle so, ich glaube, 20 Tabletten ungefähr bestellt. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich gezahlt habe. Ich bilde mir ein, also in Bitcoins natürlich, wie alles im Dark Web, was man kauft, mit Bitcoins bezahlt. Aber so in Euro umgerechnet waren es so 2 bis 3 Euro pro Pille. Also ungefähr, keine Ahnung, 40 bis 60 Euro so um den Dreh. Mit Versand an auch noch. Und ja, ich habe dann dementsprechend lange auch warten müssen. Ich glaube so 2 bis 3 Wochen sogar. Und hatte tatsächlich auch insgeheim die Sendung schon komplett vergessen, beziehungsweise dachte wieder, ja okay, vielleicht war es doch irgendwie ein Scammer, obwohl der Händler relativ gut bewertet war. Aber vielleicht war es doch irgendwie ein Scammer oder so und ich kriege gar nichts mehr. Das kann ja auch beim Darknet immer passieren. Also es ist ein großes, großes Risiko damit verbunden. Und nee, ich habe dann nichts ahnend irgendwann in meinem Briefkasten geschaut und hatte ein adressiertes Paket an mich. Oder beziehungsweise so ein Briefumschlag, so ein etwas dickerer. Vielleicht kennen den die einen oder anderen, die auch eventuell schon mal Substanzen online gekauft haben. Das wird meistens, wenn es kleinere Sachen sind, mit einem Briefumschlag verschickt, der etwas dicker ist, der auch gepolstert ist. Und genau, öffne diesen Umschlag, weil ich auch keinen Absender oder sowas drauf erkennen konnte. Und dann dachte ich mir schon, ja okay, das wird wahrscheinlich das Paket sein. Und tatsächlich, mir flogen die Tabletten, die waren nicht eingepackt. Also das war ein großes Manko, sondern die waren einfach so im Briefumschlag drin quasi gelegen. Und mir flogen die dann förmlich entgegen, als ich das Paket dann aufgemacht habe letztendlich. Anders als beim letzten Mal, wie ich Lorazepam konsumiert habe, wollte ich das Albrazolam nicht während der Arbeitszeit nehmen. Weil vor allem damals beim Lorazepam habe ich trotz der Entspanntheit auch gemerkt, dass das Arbeiten an sich, also das Konzentrieren mir trotzdem ein bisschen schwer gefallen hat. Also ich wurde schon ein bisschen träger, ein bisschen müder. Und deswegen hatte ich mir tatsächlich die Xenix dann auch erstmal ein paar Tage aufgehoben, weil eben unter der Woche war. Und hatte mir vorgenommen, hey pass auf, ich mache am kommenden Wochenende gar nichts aus. Also ich wollte nichts mit Kollegen unternehmen. Ich wollte auch nichts mit meiner Click damals machen, also mit Dave oder Nico oder sowas. Sondern wollte eigentlich einfach nur daheim chillen und meine Ruhe. Ich wollte vielleicht ein bisschen zocken oder so, ein bisschen chillen, vielleicht ein, zwei Bier trinken. Aber hauptsächlich wollte ich die Xenix-Wirkung eben testen. Und das in diesem Umfeld, dass ich eben nicht mit anderen Menschen irgendwie interagieren muss oder so. Sondern einfach nur daheim chill, auch schon tagsüber quasi die Xenix probieren kann. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich bloß so zwei bis drei Pillen für den Samstag eben aufspar. Und drei bis vier vielleicht für den Sonntag. Also ein bisschen mehr eben wegen der Toleranzentwicklung. Und hatte aber nicht gedacht, was da noch kommt. Und by the way, die Pillen, die ich bestellt hatte, waren zwei Milligramm Alprazolam. Also pro Xenix-Bar waren zwei Milligramm Intus. Ich werde euch jetzt im Hintergrund mal die Bars einblenden. Also so wie die ausschauen, diese Xenix-Bars. Da steht auch wirklich Xenix drauf. Und die sind so länglich geformt mit so verschiedenen Bruchgrillen, die man eben brechen kann dann zum Konsum. Und genau, also wie gesagt, das Wochenende, nachdem ich die Sendung erhalten habe, sollte dann das Alprazolam bzw. das Xenix-Wochenende sein. Also kam es dazu, dass eben der besagte Samstag vor der Tür stand. In der Früh bin ich ganz normal aufgestanden. Ich bin generell oder ich war auch vor allem früher noch extremer als heute ein extremer Langschläfer. Also ich bin so gegen keine Ahnung 13, 14 Uhr vielleicht aufgestanden. Habe mir dann erst mal was zu Frühstück gemacht, einen Kaffee gemacht und habe dann erst mal gegessen. Und ja, dann unmittelbar nach dem Essen dachte ich mir, okay, warum nicht? Dann take ich doch jetzt die erste Xenix-Bar bzw. die ersten beiden. Ich wollte direkt am Anfang mit zwei Stück starten. Also mit insgesamt 4 mg Alprazolam. Ich dachte mir, da ich auch beim Lorazepam schon ein bisschen mehr genommen habe, als die direkte Einstiegsdosis, sage ich jetzt mal, dass das Ganze schon klar gehen wird und dass das kein Stress ist, vor allem dann so unterm Tag halt so. Und ja, also habe ich erst mal aufgegessen, den Kaffee getrunken und beim Kaffeetrinken dann quasi die beiden Xenix gepoppt. Somit hatte ich dann 4 mg Intus und die Wirkung hat auch ziemlich schnell angefangen. Es war, ich denke mal, so 10, 15 Minuten hat das Ganze auf sich warten lassen, bis ich dann eindeutige Effekte gemerkt habe. Am Anfang habe ich gemerkt, dass ich so ein gewisses Körper-High habe, also so eine gewisse Leichtigkeit, Gelassenheit auch von der Stimmung her. Ich wurde jetzt nicht müde oder sowas, sondern einfach total entspannt auch vom Körper her und ja, ziemlich, ziemlich gelassen. So richtig gemerkt habe ich es dann, als ich quasi so YouTube-Videos geschaut habe und unfassbar viel lachen musste. Also ich fand Dinge viel, viel lustiger, als ich sie vielleicht nüchtern gefunden habe. Das ist mir dann so direkt der Gedanke im Kopf geschnallt, so hey Digga, ich glaube, das ist irgendwie jetzt die Wirkung, weil ich lache viel mehr. Und irgendwie ist das jetzt so lustig, lache ich so viel überhaupt, wenn ich nüchtern bin? Und solche Gedanken kreisen mir dann so durch den Kopf quasi und gepaart eben mit dieser totalen Entspanntheit. Ich muss mich vorstellen, ich war dann erstmal so ein, zwei Stunden nur am Sofa gelegen und habe YouTube-Videos mir reingezogen. Und dann war es eben auch schon Nachmittag, so 16, 17 Uhr. Und dann dachte ich mir irgendwann, hey, pass auf, okay, jetzt könnte ich doch mal zocken anfangen. Und dann weiß ich noch, habe ich die Konsole angemacht und mir ein Bier geholt, glaube ich. Und dachte mir dann so, hey, warte mal, irgendwie vielleicht merke ich doch noch nicht so krass was. Ich könnte eigentlich nachlegen. Dann habe ich nochmal eine Xenny gepoppt und war dann somit auf 6 Milligramm und habe mir dann parallel dazu quasi noch ein Bier aufgemacht und das getrunken. An der Stelle muss ich nochmal sagen, Mischkonsum, gerade bei Xenex, ist sehr, sehr, sehr gefährlich, vor allem Alkohol und Benzodiazepine im Allgemeinen, weil beides eben auf denselben Rezeptor im Gehirn wirkt und da kann man ziemlich leicht überdosieren. Also gerade beim Mischkonsum, also auf jeden Fall kein safer Use an der Stelle. Ich möchte es euch bloß mitteilen, wie eben mein Set und Setting war, damit ihr euch das so ein bisschen besser vorstellen könnt. Und auf jeden Fall habe ich dann, ich glaube, COD oder sowas gezockt und parallel dazu eben Bierchen getrunken und einfach ein bisschen gechillt. Ich weiß noch, so die Runden an sich, die waren relativ okay, würde ich sagen. Jetzt nicht über krass, aber auch nicht über Scheiße oder so. Und all in all war mein Wohlbefinden halt übelst entspannt halt so. Also ich war voll gelassen, auch wenn ich mal eine Runde verloren habe. Es gab überhaupt keine Momente, wo ich geraged bin. Ich habe auch gemerkt, das Bier habe ich auch extrem, extrem schnell getrunken. Also ich habe mir, glaube ich, während ich dann noch so ein, zwei Stunden gezockt habe, locker zwei oder dreieinhalb getrunken, also so eineinhalb Liter Bier ungefähr. Und war einfach todesentspannt. Ich habe dann tatsächlich, ja, so bei der Hälfte, wie ich zocken war, also wie ich so ein, zwei Bier gerade getrunken hatte, bin ich auch nochmal rauchen gegangen. Und ich rauche nicht bei mir drinnen, sondern bin dann quasi dazu aufgestanden, einmal durchs Haus gelaufen und unten rausgegangen. Und ich habe gemerkt, sobald ich aufgestanden bin, ihr müsst euch ja vorstellen, ich war stundenlang nur auf diesem Sofa, entweder gelegen zum YouTuber anschauen oder gehockt zum Zocken, habe ich mich nicht wirklich bewegt. Und da eben beides auch auf denselben Rezeptor im Gehirn wirkt, war ich mit einem Schlag so betrunken. Also ich weiß noch, ich bin dann aufgestanden, wollte runterlaufen und ich bin so getaumelt. Also mir ging es noch gut an der Stelle. Mir war auch nicht schwindelig oder schlecht oder so. Aber ich bin halt nur extrem getaumelt und meine Sicht war auch sehr verschwommen. Gerade beim Laufen, wie ich dann gehockt war und mich auf irgendwas fokussiert hat, dann ging es. Aber beim Laufen war es enorm. Aber dann bin ich so quasi runtergewandt, bin dann raus, habe eine Kippe angezündet, habe mich dann auf so einen Stuhl gehockt und habe dann einfach so ein bisschen am Handy noch gechillt und ein bisschen was angeschaut, Social Media gecheckt, wie ich eben dann eine geraucht habe. Und gerade diese Erfahrung bei der Kippenpause sozusagen, die war so prägsam, weil das war, wie so richtig die Bensos, die Xenics gewirkt haben, auf ihrem Höhepunkt, eben so ein bis zwei Stunden nach Konsum und zusätzlich noch der Alkohol. Und ich war einfach nur wie im Film. Ich war verschwommene Sicht, ich habe getorkelt. Die Zeit ist auch ziemlich schnell vergangen für mich, also so in meinem Empfinden. Und ich war aber trotzdem todesentspannt. Mir war nicht schlecht, mir war nicht schwindelig. Also all in all war, sag ich mal, ja, das Set an sich von mir persönlich ziemlich, ziemlich gut in der Situation. Und genau, dann habe ich aufgeraucht, bin dann wieder reingegangen. Auch der Weg rein war natürlich wieder dementsprechend anstrengend, weil ich eben so getaumelt habe und habe mich dann oben erst mal hingechillt. Dann habe ich ein bisschen weitergezockt. Wie gesagt, dann auch noch ein drittes Bier dann an dem Abend vernichtet. Und dann war es auch schon so 19, 20 Uhr. Dann dachte ich mir so, ja, okay, sowas heute habe ich eh nichts geplant. Ich will eh bloß chillen. Aber ich muss auch sagen, die Xenics haben mich schon ein bisschen müde gemacht, vor allem in Kombination mit dem Bier. Also dachte ich mir, boah, weißt du was, Zocken ist jetzt dann doch so ein bisschen zu anstrengend auf Dauer. Ich haue jetzt irgendwie noch Netflix rein oder so und schaue noch ein bisschen Serie an und chill mich dann auch nicht aufs Sofa, sondern direkt in mein Bett. Zusätzlich, weil ich wusste ja quasi auch bei Benzos, wie gut man sozusagen pennen kann und wie gut man auch einschläft, dachte ich mir, okay, weißt du was, falls ich jetzt auch schon früher einpennen, ist gar kein Stress. Ich habe ein bisschen länger geschlafen, ein bisschen ausgeschlafen. Dann nehme ich gleich noch eins bei mir. Genau, jetzt habe ich dann nochmal tatsächlich zwei Xenics gepoppt, bevor ich mich ins Bett gelegt habe. Also war ich jetzt in Summe bereits an dem ersten Tag, wo ich eigentlich bloß so, ja, drei Stück vielleicht nehmen wollte auf insgesamt fünf Xenics, also zehn Milligramm Alprazolam und ja, ich muss auch sagen, was soll ich sagen, also so nach, von dem Abend weiß ich danach nichts mehr. Also ich habe mich noch ins Bett gelegt, habe noch irgendeine Serie angehauen und dann so zehn, 15 Minuten später, wie dann auch die beiden, ja, letzten Cents gewirkt haben, war ich direkt weg. Also ich bin dann direkt eingepennt, weiß eigentlich auch nichts mehr so richtig, habe dann nichts mehr mitbekommen, habe auch so ein paar Gedächtnislücken, beziehungsweise verging die Zeit, während ich drauf war, so schnell an diesem Tag, dass ich gar nicht so richtig am Schirm habe, was jetzt so alles passiert ist. Und ich weiß noch, am nächsten Tag bin ich nur aufgestanden und genau, dann hatte ich eigentlich gar keinen Kater. Also mir ging es gut, ich hatte auch vom Alkohol keinen Kater, von den Benzos sowieso nicht und hatte allerdings schon fünf Stück genommen, also mehr als ich eigentlich wollte. Und dann dachte ich mir, okay, eigentlich, ich wollte am Sonntag trotzdem nochmal ein bisschen Wirkung merken, also muss ich so ein bisschen höher gehen von der Dosierung. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich am Sonntag gemacht habe. Wahrscheinlich auch nur gechillt, gezockt, irgendwas angeschaut oder sowas. Aber ich habe mich entschlossen, gleich am Anfang quasi vier Xens zu poppen, A2 Milligramm, also insgesamt acht Milligramm direkt am Anfang und dann vielleicht noch die ein oder andere nachzulegen, je nachdem, wie die Wirkung ist. Und ich weiß noch, dass ich in den gesamten Sonntag in so einem, wie soll ich sagen, so komatösen Schlafzustand war. Also ich bin auch nicht wirklich aufgestanden aus dem Bett, glaube ich. Ich bin immer mal wieder weggepennt. Ich habe die Xens auch direkt in der Früh gepoppt. Also ich habe mir nur einen Kaffee gemacht, gar nichts gegessen, Kaffee getrunken, dann die Xens gepoppt dazu und bin dann irgendwie wieder weggepennt, bin dann ein paar Stunden später wieder aufgestanden, war dann wieder voll schläfrig oder immer noch und habe mich dann zwischenzeitlich schon mal auch aufs Sofa gechillt zum Zocken, so das weiß ich noch. Aber es war all in all, die ganze Erinnerung von diesen kompletten zwei Tagen sehr, sehr lückenhaft. Was ich noch weiß, ist, dass ich an dem Montag darauf quasi, wie ich dann auch in der Früh aufstehen musste, um ganz normal quasi in die Arbeit wieder zu gehen, dass ich da dann schon einen leichten Kater hatte und dass ich erschreckend festgestellt hatte, dass ich noch, ich glaube, es waren noch vier Xens hatte. Also ich habe sage und schreibe insgesamt 16 Xenis Alprazolam A2 Milligramm an zwei Tagen vernichtet und das war auch mein allererstes Mal, wie ich quasi Alprazolam oder Xenex konsumiert hatte. Also schon eine relativ hohe Dosis für den Einstieg, also macht das auf keinen Fall nach an der Stelle. Es ist viel, viel, viel zu hoch, gerade Mischkonsum kann extrem nach hinten losgehen und ich war mir da irgendwie ein bisschen zu sicher und ich habe auch die Benzos ein bisschen unterschätzt, weil gerade auf Benzos hat man oft das Gefühl, also wenn die ersten wirken, so ja, man merkt ja gar nicht so viel, weil es schon ein bisschen subtiler ist auch und ist dann gewillt nachzulegen, wie auch bei mir eben in diesen zwei Tagen. Und genau, wie gesagt, am Montag musste ich dann ganz normal in die Arbeit. Ich habe nur noch lückenhafte Erinnerungen an dieses Wochenende oder an diese zwei Tage, aber ich weiß, dass es all in all, ja, eine eher positivere Erfahrung war als negativ. An der Stelle, das Ganze soll natürlich nicht beschönigen. Ich habe auch noch sehr, sehr schlimme und harte Dinge mit Benzos erlebt. Die werden auch noch folgen in weiteren Videos. Allerdings soll es ja heute um mein allererstes Mal Xenix gehen und mein allererstes Mal Alprazolam. Und genau deswegen erzähle ich es euch auch so, wie es halt in dem Moment oder in diesem Trip war für mich. Ich glaube, all in all war es das auch mit dem Video. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch großartig erwähnen könnte, was zu diesen zwei Tagen eben passt, was zu diesem Erlebnis passt. Ich glaube, die letzten vier Bars, die habe ich mir dann irgendwie noch verteilt, dann unter der Woche am Abend mal. Aber ich weiß auch noch, dass ich jetzt auch noch nicht von zwei Tagen keine wirklichen Entzugssymptome hatte. Und ich habe, glaube ich, dann ein, zwei Tage Pause gemacht, bis ich dann die letzten dann vernichtet habe am Abend. Also dann ging es auch wieder von der Toleranz so ein bisschen. All in all war natürlich die ganze Story, das Ganze, wie ich es konsumiert habe und wie viel und in welchem Mischkonsum nicht zu empfehlen. Also macht das auf jeden Fall nicht nach. Genau, und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn noch nicht geschehen, dann abonniert auf jeden Fall auch rein und aktiviert die Glocke. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer erstes Mal Alprazolam oder auch Xenex war, je nachdem. Und dann können wir in den Kommentaren so ein bisschen weiter diskutieren. Gerne auch Feedback, Kritik, alles rein in die Kommentare. Und ja, ich würde an der Stelle sagen, ich bin raus, haut rein und ciao. Vielen Dank.